So, wir sind immer noch unterwegs zu der Quest von Brausewind für Sprengmeister Ton. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, hier nach unten. Ah, ich soll euch gerade übrigens schöne Grüße von Gallia schicken. Ja, sehr schön. Dann greet back, der Engländer sagen würde. Ich kann gerade nicht so viel backgreeden, weil ich hier mit mir laufen beschäftigt bin. Das wird kein Schummaschgang. Ja, gar nicht so einfach, hier durchs Gebiet zu kommen, wenn diese Geschichte läuft. Aber bisher hatten wir relativ viel Glück und sind nicht mitten reingerannt. Meins, Skill. Glück, Skill, alles das Gleiche. Ja, das wäre wunderschön. Kannst du mir eins melden? Hm, mit einem 3D-Drucker. Seid ihr nicht mit mir gegangen, oder? Doch, doch, aber ich habe hier noch Ladescreen. Was? Ja, ja, ich habe das nicht auf meiner, meiner SSD. Ich habe es aber auch Ladescreen. Ist ja überhaupt noch nicht mehr zu sehen. Ah, da kommt er ja. Ach, deswegen muss ich auch gleichzeitig das Video aufnehmen. Das saugt auch immer ein bisschen Leistung. Ja, und ich muss gleichzeitig Musik hören. Das ist keine Entschuldigung, junger Mann. Du musst ja gar nicht Musik hören. Das Spiel hat schon eingebaute Musik. Nein, die ist kacke. So, nur was. Oh, really? Ja, das ist eine andere Quest. Wunderbar. Hoffentlich seid ihr bereit für schlechte Nachrichten. Ich erfuhr gerade von Sop, dass dein ganzes Team hinüber ist. Ach, so schön. Hey, ihr redet da über meine Crew. Es wird extrem schwer, sie zu ersetzen. Entschuldigt. Ich bin zu sehr auf die Mission konzentriert. Erzählt uns, was passiert ist. Wir schlossen gerade die Extraktion ab, als Max' Anzug verrückt spielte. Er fing Feuer und ließ das Flammenkerngerät fallen. Dann griffen uns die Lava-Elementare an. Wir zogen uns schnell zurück. Wenn ihr euren Flammenkern wollt, dann braucht ihr einen dieser Spezial-Golem-Dinger. Sonst haltet ihr keine 30 Sekunden durch. Wir brauchen diesen Kern. Er ist das Herz der Sprengladung, die ich bauen will. Na schön, Kommandeur. Rein in den Anzug. Gleich wird's richtig, richtig heiß. Ei. Oh, der gute arme alte Ton. Aber der Anzug hier ist nicht schlecht. Ich mach mal den Faustziek. Mach ich ihn mal zu meinem Auto-Attack. Hey, nicht einschlafen da hinten. Boom, boom. So, kann ja nicht schwer sein. Bam, 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 bam. Was kann man hier nicht eigentlich machen? Fausthieb, Faustschuss. Da hab ich Range. Dann Raketensprung. Geil. Wasserkanone, super. Und, äh, kann man sich wieder heilen. Okay. Ich will jetzt erstmal den Raketensprung. Ich brauch irgendwas zum Raketenspringen. Zack. Hohohoho. So, und die Wasserkanone. Boah. Boom. Das ist eine Reichweite. Das 1500, die Wasserkanone 900. Okay. Boom. Ach, verfehlt sowas. Bidet, bittet, 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 bittem. Ne, so machen wir ja Wasserkanonen gar nicht. Egal. Elementarbezwinger. 100 von 100. Ich spring hier einfach mal rüber. Oh, das, äh, wäre fast schiefgegangen. Vorsicht, ihr steht da in Kreisen übrigens, ne? Nein Ja, dann ist ja gut Weil für den Moment sah das so aus, es steht in Kreisen Ihr müsst euch auch mal reparieren Ah, ne, der geht auch von alleine, alles klar, gut Ich dachte, sonst kann man sich vielleicht nicht automatisch reparieren Ah, ah, Feuer, heiß, 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 heiß Ich habe, was wir wollten Die Temperatur sprengt jede Skala, aber in diesen Dingern sind wir sicher Halt, Fehlfunktion Das Magnetfeld des Kerns stört meine Motivaturen Ich kann mich nicht bewegen Ach, du Kacke Ich kann das reparieren Oh, Mist, ein massiver Anstieg der Energiewerte Was richtig Großes kommt aus dem Vulkan Und wohl nicht, um sich bei uns zu bedanken Also ich würde ja mal die Polarität umkehren Das hilft Oh, 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 ne Kohäsion Das ist ja sehr schlecht Das ist ganz schlecht Ich glaube, wir müssen da zu diesen, äh Sternchen Zu den Sternchen hin Und die einfach frei hauen Sollte nicht allzu schwierig werden So, ich habe schon einen erledigt Da ist die nächste Kugel Der Wasserstrahl wird es richten Was hier, hier, Joran hinterher Rausewind, du, heil dich Du bist fast down Oh, ja, 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 ja Und ich bin frei Holen wir uns das, weswegen wir hier sind Und dann weg hier So, sehr schön Flieht aus dem Vulkan Ich gebe euch Rückendeckung Den Fertigkeitspunkt kann man hier Innerhalb dieser Instanz wahrscheinlich Gar nicht machen Auch wenn er hier angezeigt wird Das glaube ich auch nicht Ich dachte mir, dass es heiß wird Aber nicht so heiß Danke fürs Raushauen Ah, kein Problem Ich halte nur meinem Partner den Rücken frei Um ihm die Chance zu geben Den Flammenkern zu holen Ihr habt ihn doch, oder? Oh, ich hab ihn Genau was wir brauchen Um das Knochenschiff direkt auf den Grund Des Morastmeers zu schicken Dann treffen wir uns da Sobald ich das Gerät vorbereitet habe Ich muss euch Sira vorstellen Werdet sie mögen Sie ist auch beim Pakt Als Sanitäterin Deshalb sind wir ein gutes Paar Ich spreng Feinde Sie fliegt Freunde zusammen Oh je, das ist so traurig Na dann mal raus hier Hui Ist das hier der Ausgang oder da? Ich weiß es nicht Ah, hier ist richtig Ich bin in den Überlauf Verlegt worden Ja, das Davon ist auszugehen Fast bereit Ich bin in einem anderen Überlauf Als ihr Na gut, ist ja nicht so wild Wir wollten ja jetzt eh langsam Zum Ende kommen Hier ist eine Kiste auch getaucht, ne? Eine Kiste sehe ich jetzt hier nicht Ach, das ist deine persönliche Kiste Da ist ein schöner Schatz für dich drin Ja, wir haben noch ungefähr fünf Minuten Äh, Talaria muss eben zu uns rüberkommen Ja Ja, wenn es sein muss Nein, es muss nicht Wenn du es nicht magst Kannst du doch einfach da bleiben Das macht uns nichts aus Zu spät, ich hab schon drauf geklebt Ja, vielleicht eben noch ein wieder reinrennen und den Fertigkeitspunkt machen Mit den letzten paar Minuten Den Weg kennen wir ja jetzt Doch Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt noch diese Anzüge Ah, Moment mal Hier fällt mir noch was ein Kann ich nicht so ein Ah, da muss man 80 für sein, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken Äh, wie sind denn meine Slotfertigkeiten 30 Punkte braucht man dafür 21 hab ich Okay Bald sind sie 22 Beschleunigt Ob nicht verbrennen wir uns den Arsch nicht jetzt Turan räumt den Weg frei Ja, ich kann euch dann sagen, was da alles so da ist Aua, Aua, Aua Willst du mich dafür in die Lara stellen? Ich muss nicht hoffen Ich glaub ganz kurz davor reicht auch Schönen guten Tag Ich kommuniziere mit dem Herz des Vulkans Ey, warum seid ihr irgendwo anders als ich? Weil du nicht mitgelaufen bist Ja, wahrscheinlich Ich bin jetzt schon hier Ich kämpfe so ein bisschen mit dem Überleben Ach, Brausewind, Brausewind, Brausewind Ja Warum machst du denn auch sowas? Ganz wenig Ja, du musst einfach mal mitlaufen Du hättest so einfach da durchlaufen können, die sind doch viel langsamer als du Ja, ich musste aber erst doch mal noch dieses Präsente annehmen Ja, das kann man doch alles im Laufen machen Aus dem hast du uns das nicht gesagt Ich dachte, als erfahrener Spieler wüsstet ihr das Ja, aber ich dachte auch, als erfahrener Spieler wüsstest du das Jetzt bist du tot Da müssen sie schon härter zuschlagen Davon wären nur diese Reparateure fett Da ist auch noch ein Aussichtspunkt, ne? Da ist der oben Jetzt lass uns erst mal hier den Fertigkeitspunkt holen Oh, sieh, ich warte Weil ich hätt' ahnen, dass ihr euch da hier in solche tiefen Löcher schmeißt Ich dachte, ihr geht da einen vernünftigen Weg Wir sind den vernünftigen Weg gegangen Aber ich muss nicht da reinspringen, ne? Nein, du musst dich hier hinstellen, wo ich stehe Dann kannst du da Ja, wunderbar Okay, ihr habt gerade von dem Aussichtspunkt geredet Können wir noch machen? Wenn wir uns beeilen, schaffen wir das noch Komm Ja, müssen wir erst raus hier, ne? Ja, den Weg zurück, den wir jetzt gekommen sind Wir müssen nämlich ziemlich weit nach oben Die rennt alle weg und dann bin ich wieder dann alleine Dann renn noch vor Lauf, lau sie bin, lau Ich hab keinen Speed Den gebe ich dir ja Lauf Lauf Boris, lau Das wird kein Schonwaschgang So, rechts rum So, und dann müssen wir irgendwie da hoch Den Berg hoch Ziemlich weit hoch Ziemlich weit hoch Fresst meinen Staub Im Frühtautsberge Wir ziehen Falderer Ihr seid schon quasi schon wieder fast außer Sicht Ja Musste mehr Sport machen, dann könnt's auch schneller laufen Jetzt tut mir den Gefallen und fallt er nicht runter Da landen wir nicht wieder unten im Vulkan Gewinne Adrenalin Das war mir so klar Warte mal, warte mal, warte mal Ich, äh, na Ich dachte, ich krieg dich dann, wenn ich den Aussichtspunkt gucke Krieg ich dich nochmal schön ins Bild Aber das war, glaub ich, zu spät Ah, sorry Naja, ich bin ja nicht gestorben, also ist egal Ja, meine lieben Freunde Dann machen wir jetzt an dieser Stelle für heute Schluss Äh, wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss Au revoir